Ich bin dort auf dem Oberweidacherhof am Ritten beim Stefan Rottensteiner. Das ist der innovativste Jungbauer des Jahres, der Wagio-Rinder züchtet und als solcher vom Wolfsmanagement der Landesregierung direkt betroffen ist. Letzte Woche hat es die erste Wolfsattacke gegeben und viele Rittner fragen sich, ob die Wolfspolitik der Landesregierung jetzt auch ihr Gebiet bedroht. Die Landwirtschaft ist gefährdet, es ist der Naherholungsraum der Städter und Touristen gefährdet und man fragt sich wirklich, hat die Landesregierung im Sinne, dass wir nicht mehr ins Freie gehen können, dass keine Albenwirtschaft mehr möglich ist, dass die Landwirtschaft Schäden hat, die zum Teil nicht mehr vergütet werden, dass die Touristen vielleicht nicht mehr herkommen und die Ausflügler, weil sie sich bedroht fühlen. Ja, ich bin da eigentlich dabei, mir eine Existenz aufzubauen mit der Waagezucht, seit sechs Jahren jetzt mittlerweile. Es funktioniert soweit ganz gut, die Freilandhaltung funktioniert auch super. Die Rinder sind gesund, wenn sie im Freiden sind. Sie sind, wie gesagt, den ganzen Winter draußen in einer Koppel wie das Doseck hinter dem Stall. Im Sommer sollten sie noch auf verschiedenen Weiden weiter oben sein. Und der Unterschied beim Waage-Rind ist sicher, dass die Rinder noch sehr viel wertvoller sind. Also da reden wir von einem krank Kalb von 3.000 Euro aufwärts, kann auch dann bis zu 10.000 Euro kosten. Und wenn so ein Rind jetzt von einem Wolf gerissen wird, dann ist es eigentlich schon ein sehr großer Schaden, weil meistens ist es dann nicht nur eins. Also der Wolf, der tätet ihn nicht nur selber, was er fressen will, sondern macht es fast so gemalt zum Spaß. Macht er auch gleich mehrere Taten, wie man bei den meisten Wolfen Tacken haben gesehen hat. Und das ist sicher ein Schaden, was man gerade als Neuanfänger, als Jungbauer nicht so leicht verkraften kann. Selber haben wir offenbar trotz angeblicher Autonomie überhaupt nichts zu sagen und müssen datenlos zuschauen, wie Tiere, Nutztiere und Menschen immer mehr in Gefahr geraten.